Hallo meine Freunde und willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar Minecraft für den PC mit dem lieben Marcel. Hallöchen! Das war sehr schön gemacht, muss man sagen. Ja, gell. Das finde ich auch toll, wunderbar. Ja, was haben wir denn hier vor? Erzähl mal. Wir wollen... Was soll man... äh, warte, wir wollten mal... Genau, hier, Minecraft spielen und den ändert er auch ein bisschen. Genau, das ist nämlich unser Hauptziel. Aber wir sind ein bisschen warm. Also das Projekt wird mindestens mehrere Parts spielen. Das ist... auf jeden Fall. Schaffen wir die tausend Parts? Okay, so viel hatte ich eigentlich nicht geplant. Wäre, glaube ich, auch ein bisschen zu viel. Ja, wir müssen ja auch equip und sowas, ne? Das ist... das ist... Vielleicht sogar auch den Wither, vielleicht nach dem Enderdrachen, aber da werde ich sowieso sterben, glaube ich. Und... die sind auch noch nicht vor. Weil, Busch, weil eigentlich war der Wither nicht geplant, du. Du. Ja, du. Mester hat Erfolg Inventur erzielt. Ach, nee. So, ich habe schon mal eine Werkbank, ne? Das ist toll. Ja, finde ich auch. Ich habe Samen. Also nicht diese Samen, ich habe normale Pflanzenfarben. Ja, ist schon klar. Ich hole mal Stein schon mal, ne? Tu das. Ich wollte mir erst mal wieder in Minecraft reinkommen. Ja. Na, das passt eigentlich. Falls ihr... Ja, irgendwas ist immer... Falls ihr, wie gesagt, noch Anregungen habt oder irgendwelche... Oh, hier ist direkt Eisen, lol. Ähm. Könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben? Gib mal Stein. Ja, ich baue gerade ab, Mann. Ich habe gerade 14. Warte, Moment. Ich mache dann direkt mal Stein zurück. Hm, hier bitte. Oh, danke. Geilung, mach mal dann mir die Steinspitzhacke geben, damit ich Eisen abbauen kann. Oh ja. Ja. Ich habe mir gar nicht einen Timer gestellt, wie viele Minuten ich auf... Das vergesse ich immer. Ja. Ich... Mach mal. Ja, hast du... Ja, hast du... Mach mal. Ja, mach mal. Ein bisschen Überlänge macht auch nichts. Sag, wenn ungefähr 15 Minuten angebrochen sind. Ich? Ja. Ja, klar. Mein Zeitgefühl ist richtig scheiße. Ja, hast du dein Handy nicht bei dir? Nee. Ich auch nicht. Warte, wann haben wir jetzt angefangen? Vor drei, zwei Minuten? Kann sein. Okay, dann haben wir einfach bei... Ja. Bei 14. Ach, du hast mir die schon gegeben, lol. Ja. Ängste, ich bin so langsam, oder wie? Das habe ich nicht gesagt. Toll, nur zwei Eisen. Warum nicht drei? Egal. Wollen wir mit Dingern arbeiten, mit hier... Wie heißt der Scheiß? Akazienholz, oder machen wir mit anderem Holz? Äh, das ist mir eigentlich egal. Das ist mir eigentlich egal. Mir auch, aber... Das ist nicht so stilig. Ja, das ist... Sehen wir dann ja an. Äh, hier ist ein schönes Biom eigentlich. Kann man nicht gut farmen. Wollen wir direkt hierbleiben. Kennen wir schon. Das ist ein Dorf, null. Er hast du nicht gesehen. Nee, ich war unten. Ich habe nur nicht gesehen, Mann. Okay, erst wird Nacht. Das ist nicht so geil. Und equippt hast du ein Schwert, oder so. Ich könnte mir eins machen, wenn ich einen Ofen habe. Warte. Ich schau mal ins Dorf rein. Ja, mach mal. Ich mache mir schon mal ein Eisen. Schwerli. Oh Gott. Aber ich habe keine Kohle. Ich würde mal eben scharfen. Ich mache das einfach mit Holz. Ja, ge... Ja. Ich hü... Wir haben hier eh genug Hüls. Hüls. Ja, Hüls. Ich bringe ein paar Schafe um. Für Essen. Und für Betten. Ich bringe ein paar Schafe auf dem Bett. Vielleicht sind sogar hier direkt dann Endermänner. Endermänner. Endermens. Endermis. Die schwarzen. Gehst du bei Endermänner eigentlich immer auf defensiv, oder haust du einfach drauf? Ich habe einfach drauf. Ich auch. Ich habe keine Angst vor denen. Die will ich immer direkt... Oh nein. Das ist eine Schmiese. Echt? Was ist da drin? Ja, man muss erst mal schauen. Dann schau. Eisenhose, Eisenschuhe. Oh nice. Die Äpfel und eine Eisenspitze. Goil. Goil. Ich tue nämlich mal mit. Ja, die ist immer gut. Einfach so aus dem Prinzip. Ich mache immer beim Schwert direkt zwei Stöcker, wo ich das nicht muss. Ich weiß auch nicht. Bin so dumm. Wo bist du denn? Bei dem Loch hinten noch. Ich bin hier, wo wir noch waren, ja. Ich habe auch sechs Wolle. Das heißt, wir können nicht direkt Becken machen. Ich habe auch fünf Wolle. Ich mache mal aber Schweineschöten. Ida, das ist ein Creeper. Creeper. Ja. Creeper. Creeper. Da sind aber zwei. Unten ein Enderman rennt da rum. Oh, hier ist ein Loch. Das ist toll. Ich bin hier voll im fälligen Gebiet. Und du da unten, wenn es abrunkelt. Kacke. Kommst du gerade zurück oder nicht? Ich stehe doch da bei dem Loch. Achso. Ja, weiß ich ja nicht. Ich schlachte hier gerade ein paar Schweine ab. Ich mache mal Betten jetzt. Da ist ein Skeletti. Wollte ich für Pfeile. Hey, du scheiß Spende, verpiss dich. Ich habe den Sound vom Spiel nicht an. Das heißt, wenn mich irgendwas, so ein Creeper von hinten kommt, nicht so. Das ist natürlich sehr praktisch, ne? Ja. Ja, aber sonst würde man es auch kriegen können, weil ich laber über PC und am Laptop zocke ich. Weil mein Headset irgendwie nicht auf, Laptop möchte. Das ist natürlich nicht so geil. Ich würde ja gerne unten hingehen, aber noch gehe ich da nicht hin. Ich weiß gerade nicht, wo du bist. Ach, da. Ich komme doch gerade. Ja, ich bin hier. Ich gebe dir diese Eisenspitze. Hast du im Dorf noch irgendwie Dinger gefunden? Irgendwie Karotten oder sowas? Eine Kartoffel. Nein, ich behalte die mal, die bauen wir an. Ja, ich glaube, da ist noch mehr. Ich habe bloß nicht geguckt, die aber nur bei der Schmiede. So, Holz brauchen wir eh im Moment nicht so viel, deswegen egal. Lieg mal da im Bett. Du brauchst aber doch auch eins, oder nicht? Ich habe schon eins. Oh. Deswegen gebe ich ja das. Ups, das habe ich gesehen. Wollen wir unser Haus denn hier machen oder lieber noch ein bisschen weiter und das einfach ein Skelett? Das gibt mich aber nicht. Oder wollen wir noch weiterlaufen? Ich würde sagen, wir laufen noch ein bisschen weiter, aber wir haben ja noch ein bisschen gesehen. Hast du auch wieder recht. Aber wir brauchen hier ein bisschen. Ich habe Hommelfleicht. Ich auch. Willst du es haben? Ich tue es mal in die Küste. Ich nehme mal hier ein bisschen mit. Ganz roh einfach mal essen. Hier gibt es eh so viel. Ah, Skelettis. Ist der nicht wunderschön? Guck mal, der bemerkt mich gar nicht. Das interessiert den einfach nicht, dass ich hier bin. Das ist ein Enderman. Ja, ach. Will mich umbringen. Aber das ist ein Zombie, der mir noch ein bisschen hart auf den Sack geht. Ich habe nicht meine Waffe. Ich brauche eben was. Selbst wenn ich sterbe, hast du ja meine Sachen. Alter, die Zombies kommen von ganz weit hinten, weißt du? Ich mache mal einen Stein. Ich weiß gar nicht. Minecraft kommen auf den Start. Hier kommt die Zombie-Armee. Ein Abschlag. Wollte ich mal auf die Enderman gehen? Ja, warte. Ich muss noch kurz was essen. Ich... Ja, ich... Pfff. Das war nicht... Lass drauf gehen. Joi. Ich hasse das... Ah, schade. Keine Ender-Pelle gedroppt. Ja. Brauchen wir einige noch. Du hast den voll auf mich geschleudert. Fand ich nicht nett. Ich auch. Ja, ich fand's schon nett. Ich aber nicht. Tja, das ist dein Pech. Ah, warte. Ich habe ja noch Eisending. Was willst du? Eine Hose? Schuhe? Mir egal. Dann teilen wir uns auf. Äh, machen wir eine Hose. Toll. Hier sind zwei Creeper. Weißt du? Ja, nee. Ich habe... Wie sie sagten. Ihr bringt euch gegenseitig um. Das ist gelett, Alter. Ja, stirbt doch jetzt. Meine Fresse. Ich habe vergessen zu blocken. Aber egal. Ich will doch... Ich hinterlasse dir mal, äh, die Eisenhose in der Trubel. Ja, mach das, bevor ich ihr gleich abkratze. Wow, das ist eine super Höhle, muss ich sagen. Das war... Sensational. Ich finde, ich hab... Oh Gott, da ist eine Hexe. Bring die um. Ja, klar. Die bringen wieder mich um. Nee, bring die um. Ich habe mein Bett aufgestellt. Ich bin so dumm. Bring wo sie um? Ja, wo ist die denn? Ich bring die eiskalt um. Ich mach das. Ja, mach das. Ja, wo ist die denn? Ja, ich bin dort. Okay, ich komm hin da. Ich komm hin da jetzt. Ich mach da, als du siehst, dass ich die gleich umbringe. Vielleicht droppt die was geiles. Ja, ich würde lachen, wenn sie dich umbringen. Okay, was kriege ich, wenn ich sie töte? Wo ist sie hin? Ja, wo ist sie hin? Vielleicht ist sie die Spot. Wo ist sie hin? Die war doch hier gerade noch bei dem Kaktus da. Und das ist noch ein Enderman. Echt? Oh, der Creeper hat echt ein Problem. Ich geh mal zum Enderman. Ingespielt. Es bitte. Hey, wo siehst du den? Ich nehm mal hier die Karotten mit. Hä? Da hin? Nee, das sind auch Kartoffeln, Leute. Warum nimmst du die da nicht mit? Ja, weil ich bis jetzt nur beim Ding war. Weil das schliebe. Ja, ja. Ich wollte sie gerade holen, aber... Dann war es wegen der Hexe. Jetzt hat es wegen dem Enderman. Oh Gott, und da ist ein Creeper. Das ist hier, das Drecksvieh. Stirb! Alter, die haben voll viel Weizen angepflanzt, ey. Warum keine... Aua, du beschissener... Skelett-Skelett-Boy, ey. Siehst voll scheiße aus, Mann, ey. Geh weg. Okay, ich hätte so einen Diss gebracht, aber nie. Ich bin mal nett. Du und nett. Ja. Das wird bei dem Projekt sehr schön. Diese Creepern echt ein Problem. Die sind einfach so hässlich. Jetzt kommt, wie du. Das habe ich mir sogar gedacht, aber ich heute auch... Deswegen! Aber was hast du jetzt noch? Kartoffeln, oder was hast du? Ich habe Kartoffeln, ja. Ich weiß nicht, ob da hinten bei dir jetzt noch Karotten sind oder so. Hier ist nur Weizen-Scheiß und... Ja, mehr finde ich da nicht. Ich nehme mal ein paar Kackzehen mit. Kackzehen. Äh. War für Farbe gebraucht. Immer wird man hier gestört von diesen blöden Zombies. Weißt du? Ja, guck mal, ein Einwohner, der zum Zombie wurde. Wie cute. Tschüss. Wie ein Skelett. Wieso? Ich weiß, die kümmern sich gar nicht um uns. Die denken, wir sind voll die Noobs. Deswegen kaltest du sie erst gar nicht an. Ja, und dann, wenn du sie angreifst, dann denken sie, oh, da kann vielleicht doch was und dann, oh, ist zu spät tot. Ja, ganz wissig bist du, ne, Karti? Ja. Hallo. Hallo. Hol mal die Sachen doch schon mal raus. Und die Kiste können wir am besten mitnehmen. Oh, ich werde euch hier mal in die Hand nehmen. Wie man pürennt. Pum. Äh. Ja, ist ja auch wieder Tag. Schön. Geil. In welche Richtung wollen wir gleich gehen? Zum Dorf oder vom Dorf weg? Lass in die Richtung gehen. Okay. Dann, äh, machen wir das so. Alles gut. Also ich habe schon mal Essen, ne? Ja, ich habe auch noch ein bisschen. Hast du gebraten oder roh? Gebraten. Okay. Gebraten. Alter, wofür dünn? Wie wollte der denn geschossen? Ich habe den umgebracht. Nicht jetzt? Ja. Hast du. Ich habe dich erschossen, hallo. Ich muss dir den Rücken frei halten. In Wirklichkeit. Denkst du dir? Kannst ruhig sterben gehen. Ich gehe schon mal in der Höhle. Ich bin hinter dir. Wow. Krasse Höhle. Ja, wir brauchen eh Kohle. Jo. Ich brauche auch Kohle im Leben. Hm. Ja, YouTube machen die Regeln, ne? Haha. Das kommt sehr viele Flachwitze auf jeden Fall. Das wird sehr schön. Tipp mal ein paar Schweine da. Oh, warte. Nee, Schweine sind jetzt gar unwichtig. So, ich habe eine Idee, ne? So, jetzt an diejenigen, die zuschauen, hört einfach nicht hin. Wenn wir mal sterben, tun wir so, als ob die Aufnahme abgekackt ist. Wir sind die Volkbros, wir sterben natürlich nicht, ne? Ja, tun wir auch, ne? Wir tun einfach die Welt dann einfach zurücksetten und dann einfach, wir haben den Enderman auch nicht getötet. Nein. Zurücksetten? Wie, wie, wir, nee, wie, wir cheaten uns dann, weißt du, die ist zurück, die iTunes, und wir tun dann nochmal Enderman besiegen, falls, äh, hier den Enderdrachen, falls wir den nicht schaffen zu töten und keiner blickt's. Wir sammeln ein bisschen Offscreen-Diamanten dann. So 50 Stück haben wir alles erfarmt. Mehr. So steckt es da nicht. Das Zuckerrohr, das nehmen wir mit. Gar nicht übertrieben, weißt du? Nee. Ist normal. Obwohl ich hatte mal, glaube ich, 20 Dias mal auch gefunden, aber durch natürlich Glücksspitz-Dings. Du brauchst 20 Dias, das ist auch nicht schwer. Nee. Manchmal kommen ja 5 an einem Ding, und wenn du Glücksspitz-Wacke hast, dann, ja, ist nicht gerade schwierig. Du bist ganz 20. Wo bist denn du jetzt schon wieder? Hier beim Sumpf. Ach, ich seh dich sogar. Ich nicht. Wieso bist du blind? Hä? Guck zum Wasser. Ach, da hinten. Hier. Hier. Soll doch einer sagen, ich bin blind. Jetzt müsst ihr es alles schreiben. Ich töte noch Patentenfische. Ich töte gerade Schweine. Warte mal, müsste ich dich denn nicht auch töten? Du kackt nur weiter. Halt's Maul. Halt's Maul. Leck mich zu hart. Ja, okay, wo? Willst du es dir aussuchen? Ja. Okay, wo denn? An ein... Ja, das sag ich jetzt mal nicht. Jetzt gucken wir in der Jährige zu. Oh, da ist ein Kürbis. Ey, warum sind hier überall so viele Schweine? Du bist hier überall vertreten, Mann. Ja. Ja. Oh. Was? Sag das doch mal. Nö. Ich hab 19 Tintensäcke. Schön. Wofür brauchst du die? Für schwarze Farbe. Okay. Schwarze Farbe ist tot. Schwarz ist keine Farbe. Für mich schon. Für mich auch. Ich frag mich immer, was ist es dann? Es ist so dumm. Es ist so dumm. Ich schluss. Hey, Kati, da bist du. Ne, cool. Komm. Vielleicht mal ein paar Töten. Da sehe ich dich sogar. Oh mein Gott. Ich mach ein paar Pilze mit. Die könnten wichtig sein für später. Mach das. Es wird manchmal wieder Nacht, wenn du dich nicht beeilst. Ja, ich weiß gerade eh wieder nicht, wo du bist. Ich bin hier schon wieder. Ich seh dich. Ich seh dich. Ja. Schön. Also ich hab 29 rohes Schweinefleisch. Ja, das ist toll. Von dir. Hier ist noch ganz viel von dir, die rumlaufen. Muss man sagen. Ich steh es. Ja. Heute gibt es da ja nicht so viele. Ja, kannst du mal sehen. Ich bin selten. Nee. Doch. Schau mal hin, da sind schon Viecher von dir. Darf immer in der Herde, Alter. Du ja auch, ja. Du Herdentier. Du tüßest dich gerade selber. Ihr hast ein Problem damit? Nö, nö. Ich mein, je weniger von dir, desto besser. Au. Noob. Der Mutter ist noch nicht. Ach, jetzt war auch nicht. Mal gucken, wer als erstes hier stirbt in dieser Welt. Du. Nein. Doch. Sag mal, ich hab ein Eisenschwert, ne? Äh. Äh. Da bist du nochmal. Herdentier. Du tötest dich gerade selber. Ja und, mich gibt es in Massen. Okay, hier ist Sumpf-Biom. Hallo. Lol, guck mal hin. Guck mal her. Ab mal da rein. Was denn? Hä, was? Lol. Oh. Hoffentlich bleibst du da unten. Willkommst du Master. Herreg. Das hier hat keiner gesehen. So. Wann hab ich nochmal gesagt? In 15 Minuten rum. Ähm, keine Ahnung. Sonst wird's halt ein Überlängen-Part. Wenn's eine Stunde geht, dann ist es auch nicht so schlimm. Naja. Naja, wenn wir mal nicht, äh, wenn wir mal nicht Tschüss sagen in einem Part, dann macht's auch nichts. Dann hab ich das halt zweiteilig geschnitten. Ist ja nicht so, dass wir immer Tschüss sagen müssen, ne? Eben. Aus dem ist nervig jedes Mal. Ja, hallo. Ja, hallo. Nach jedem 15 Minuten. Bestimmt, bestimmt, ne? Wenn man schon sagt, hallo, hat man gleich so richtig Bock zu gucken, weißt? Not. Ja, ja. Doch, klar. Hier kommt doch nur Sumpf, oder was? Ja, wir finden bloß Scheiße. Also, die ich... Äh. Mach mal. So, jetzt will ich mich sicher. Hier, kann ich auch. Ihhh. Umfieh, zu kurz. Okay, damit lauf ich jetzt. Neue Challenge. Jo, ich drück einfach Rapp 5, um zu gehen die, äh, First Person. Ja, du tust wieder Cheaten. Was für Cheaten? Ja, natürlich. Hey, ein Kanickel. Lass mal töten. Lass mal töten. Hier sind auch viele Pilze für dich. Alter, das ist so schlimm. Ey, ne. Mit dem Scheiß. Ne, ich hab das abgemacht. Das geht mir auf den Sack. Ah, jetzt gehe ich in Option, um das abzunehmen. Oh Gott, ich hab schon wieder verloren. Kati, lass mich nicht allein. Ich seh dich immer noch. Wenn du mich jetzt nicht findest, dann zweifle ich wirklich an dich. An dir. An dich? Deutsch. Deutsch. Warst du heute in der Schule? Ja, aber ich hatte kein Deutsch. Ich hatte nur Schrott. Nur Müll. Also Mathe, oder was? Ne, auch nicht. Achso. Ja, was ist dein Schrott? Lernbüro. Ja, Lernbüro. Das heißt wirklich Lernbüro. Ja, das ist ganz toll. Was willst du mit Blumen? Willst du mir die schenken? Nein. Ich schlag die ganze Zeit daneben, ich Affe. Ich sag jetzt lieber nix. Ja, Dekoration. Ich geb dir gleich Deko. Ja, Blumen. Oder was willst du sonst als Deko nehmen? Mein Gesicht, ja. Also ich bin dafür, dass du schon mal das Haus baust, ne? Ich mach die Deko. Wo bist du denn schon wieder? Boah, das Sandbium macht da hinten. Ich liebe Sandbium. Warum? Keine Ahnung. Ja. Ich mag die, hier, die Akazienbiom-Dinger da. Die Steppen. Diesen Tool. Ja, okay, dann. Da ist er direkt daneben Sand. Das heißt, wir bauen die Hälfte Sand. Ja, guck doch mal, wie das hier abgetrennt ist. Ja, eben. Das sag ich ja. Ja, wir können direkt Hälfte Akazien und Hälfte Sand. Hab ich auch noch nie gebaut. Könnten wir eigentlich machen, oder? So Hälfte... Nee, nee, nee. Warum nicht? Ich hab's im Creative Ding gesehen, wie hässlich du das gebaut hast. Ey, ich hab das gar nicht mit Sand und Akazien gebaut. Nee, aber diese andere, diese Hälfte, Hälfte, oh, geil, ne? Schlupf. Los weg. Da ich dir ja jetzt reitschubst. Ich hab grad gedacht, dass du das machen würdest. Aber das Eisen. Dann geh doch runter. Ja, wir können da nicht so runterspringen, eigentlich das Wasser. Ja, wir. Du gehst da runter. Ich bleib oben. Warum? Ich alleine. Das sind ja Dias. Wir finden genug Höhlen. Aber ich würde da einfach so reinspringen. Einfach so YOLO. Würde ich machen. Ja. Ja. Aber erstmal ein bisschen Platz suchen, wo wir überhaupt hingehen. Hier... Ne, hier ist keine Höhle. Hier, schau mal hin. Hier ist eine freie Fläche. Wir sind in der Nähe von Akazien. Ja, da hinten wäre eigentlich ganz geil. Hier, da hinten beim Grün. Wie da keine Bäume sind, ne? Wir können ja welche pflanzen. Ich mein ja nur. Ja, wir können trotzdem welche pflanzen. Ich weiß. Ein Baum wird schon... Hey, dann... Ne, dann... Oh, guck mal hier. Voll deine Kumpels hier. Und da bist du ja wieder. Da hinten. Siehst du dich? Ja. Aber ich bin nicht... Ja. Ja, du bist dein... Weißt, dich gibt's aber nicht, weil man dich einfach schon zu häufig in Bauernhöfen hat. 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 Ähm. Und, äh, ja. Ich würde mal sagen, hier ist eine schöne freie Fläche. Ja. Jetzt mal hier... Jetzt setzt man hier die Kiste erstmal hin. Hier. Aber so ein bisschen drin. Es wird so glücklich wieder Nacht. Wieder Nacht. Dann würde ich sagen, dass wir hier den Part beenden, den ersten Part. Das heißt, wir werden nächsten Part wahrscheinlich vielleicht, äh, ich nicht, Marcel wird ein Haus bauen. Ja, weil du... Warum ich? Ja, weil ich... Fähig. Und... Damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.